Jetzt habe ich die Punkte echt nicht bekommen. Das müssten sie anders machen. Ja, finde ich schon. Wir sind zu viel, wir haben keinen Platz. Wo ist denn Time-Lukris jetzt? Jetzt wurde ich schon wieder gekickt. Wir waren noch nicht mal im Game und ich wurde gekickt, Alter. Was ist denn das für eine Pisse jetzt? Für eine Pisse. Ja. 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 Ich sehe Time-Lukris doch nicht mal, der ist bei mir irgendwie Luft. Das kann es doch nicht sein, oder? Ja, ich werde da draus gespissen. Sowieso, nein, nein, du darfst nicht. Ja, jetzt bin ich drin, ich sehe mich selbst bereit. Das steht aber aufs Server warten, irgendwie. Wie viele brauchen wir es? Nur drei. Ja, ja, von schnell und raus. Rein und raus. Ich habe eine und jetzt geht's. Kommt raus. Ja, da ist der Mio und Gamer. Geh raus. Woraus. Ja, weg dahin. Oh, da ist der Mio und Gamer. Geh raus. Woraus. Ja, weg dahin. Alter, Pager beantworten. Kick diese Motherfucking Noob Sche- Alter, das gibt's ja nicht. Jetzt fährt die Scheiße weg, willst du mich verarschen? Ich bin noch im Auto, ich bin noch im Auto, uh uh. Oh mein Gott, oder? Ich bring ihn persönlich um, Alter. Ich bring ihn fucking nochmal persönlich um. Step! Alter, ernsthaft, das Abo kündige ich persönlich. Ich komm zu dir nach Hause gefahren und drück den D-Abo-Button. Woah, woah, what the fu- was ist das denn jetzt? Äh, ich bin grad unter die Map geklitscht übrigens. Ah, okay. Ach, jetzt bin ich wieder da, hallo. Hallo. Wieso machst du sowas auch? Ne, es ist sehr gut, das bringt bestimmt einen Haufen Klicks. Du stehst da. Ne, ich bin jetzt wieder hier oben. Oh, schade. Wir sind ja klickgeil, hab ich mir sagen lassen. Ja. Auf jeden Fall. Absolut. Ja. Seh ich auch so. Ich geh immer in den Supermarkt, weißt du, zu meinem frischen Klick-Dealer und hol mir Klicks. Ich brauch die einfach. Ja. Meine tägliche Dosis Klicks. Ja. Du wirst so'n Snack geben, wo Klicks heißt. Ja. Bei so'n LP ja, der Klick-LP heißt, ja. Ja, ja. Ne. Ah, fuck, ne. Gibt's ja nicht mehr. Ne, lieber nicht. So, sind jetzt wenigstens die Taschen sicher, oder? Ja. Okay, wir können. Hallo Süßi. Ja. Aber wo ist er denn? Ja, äh. Der ist salten irgendwo. Ich mein, wir hätten einfach rein, raus, weißt du? Ne. Wie ein fucking Puff, aber nein. Das ist doch sogar easy hier, oder? Oh, der ballt einfach mal ins Salto. Ja, das ist total easy. Ich brauche den hier raus. Nein, aber. Stört. Meine Fresse. Wo ist denn der Scheiß-Van jetzt? Macht der erst noch seine Fahrerlaubnis für Vans, oder was ist denn los? Da kommt der. Er ist da. Okay, komm, auf geht's. Ja. So'n Game, Alter. Setz dich in den fucking Scheiß-Beifahrersitz. Ohne Scheiß. Meine Fresse, ey. Das ist 5 Adern sind mir jetzt geplatzt im Auge. Oh. Leo bleibt nächstes Mal im Auto und schneid's dich an. Ich dachte, Leute mögen sie sowas. Ich dachte, das ist Electric-Slang und Gefolgs-Öh, Gefolgs-Eheimnis. Oh. Erfolgsgeheimnis. Gefolgs-Eheimnis. Ja. Hallo, mein Name ist Fluppy. Wir entwickeln neue Wörter. Ja. Was habe ich jetzt? Ich hatte schon erst Maske bekommen. Ja, super. Neologismus heißt das, neue Wörter, neue Wortschöpfungen. Ja. Ja. ich meine Fresse. Oh, ihr könnt ihr ihn unterwegs. Nakress... Ja. craftskriter sins.